Yo, 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 Yashiro hier. Willkommen bei It's S4 League zu einem endlich mal neuen Video. Ähm, ja, letztes Mal hat mich dieser Suede, also Paul, hat mich gedisst. Ne, ich meinte, er hat einfach, äh, so gesagt, meine privaten Stimmaufnahmen genommen, die ich eigentlich meinem Freund senden wollte. Das ist nur Spaß. Und deine Mutter steckt nach Salz. Das ist diese Textstelle, das ist nur Spaß. Also, ich meine das jetzt hier nicht ernst und Salz kann man ja nicht riechen und es hat keinen Geruch. Was weiß ich. Das ist ja alles nur Spaß, man. Und er tut es einfach in YouTube rein. Spaß. Naja, und jetzt habe ich mal so ganz viel Spaß, diesmal nicht mit WhatsApp oder so, mit, ja. Ich habe einfach so ein Programm genommen, Outer City nennt sich das, und habe einfach so einen Track gemacht, ohne zu mixen und, ja. Also, meine Abonnenten oder die Hater oder die Suede Community, also, hu, so. Ähm, viel Spaß bei dem Video. Das ist halt jetzt, ist ja nur Spaß, so wie er es macht, mache ich halt auch. Und, ja, Paul, ich hoffe, du nimmst es nicht so ernst. Ich, ich will ja nicht, dass du weinst oder so. Also, naja, viel Spaß. Einen Daumen nach oben, wenn euch sowas gefällt, kann weiter machen mit so einem Rap-Teilen zum Spaß, was weiß ich. Und als nächstes kommt ein Let's Play und das mit dem Gewinnspiel. Da ist ein Fehler vorgelaufen. Ich habe das Video schon, aber ich habe es versendet und es war so ein kein Empfänger-Bug. Und ich weiß nicht, jetzt habe ich die IP nicht mehr, habe ein Ticket geschrieben. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, der Gewinner steht fest und ihr könnt euch auf was freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich ging auf die Bridge ganz unbewusst. Grad am PS, paar Zocken, CS aus Frost. Fickt euch ihr Lappen, ich habe keine Lust. Im Match sind die Gegner, Easy Olek, noch drei Minuten. Ein Hacker kommt rein, es gibt für Deppenschweigeminuten. Es gibt viele Flamer im Spiel, es vorliegt. In Syrien, Ukraine, herrscht gerade Krieg. Ich laber keinen Scheiß, ich erreiche meinen Score. Für Flüchtlinge in Deutschland besuchen den Apple Store. Ich rede über diese kranke Welt, man kann nix verblicken. Das einzige nur Facebook, was einem gefällt. Nur Klicks, Krieg, scheiß Politiken. Kennst du das, wenn Weiber nice aussehen? Du denkst, nix doch, die Bitch nur am Fremd geht. Sie geht fremd, raucht und redet wie ein Junge. Obwohl sie sagt, sie hat geraucht, sieht man schwarz, das ist die Lunge. Yeah. Piercings auf der Zunge, sie hat kein Respekt. Jungs schauen, Unge, YouTube ist korrekt. Kennt ihr noch Religion, das mit den 10 Geboten? Mehr Flüchtlinge in Deutschland, es steigen die Quoten. Ja, das war's mit dem Rap. Ja, Shiro. Yeah. New Album. Ge-Owned. Paul ist ein Opfer. Hallo, alter Paul, du Bastard. Bastard. Spass, missgebild. Opferkind. Hurensohn. Shiro. What? Paul, du Opferkind, disse dich, du kleiner Pizze, in S4 auf groß und in Rian zwei Meter großer Schisser. Scheiß, Daito, Yashiro, du Opfer, du kannst gar nix. Fick dich einfach, du kleine, fette Missgeburt. Ich rufe Wiedergeburt, du hattest deine Fehlgeburt. Deine Mama hat dir nix mehr gebracht. Ich bin kein Suchtibaldesigner, sag mal, wer jetzt lacht. Nur Fünfer und Sechser hattest du immer in der Schule. In S4 auf King machen, mach dich nicht mehr cooler. Sagst du, ich bin unfair und hab immer das Test dabei. Du, jetzt Schluss mit deiner fairen Hackerei. Du nennst es fair, bei Elite PvPers ladest du dir Software. Du, dein hässliches Gesicht, Hurensohn, Hässlons Style und dein Gewicht. Deine Eltern schreiben darüber ein Gedicht. Voll ich weiß, dass ich nicht raken kann. Es ist gut, dass ich ohne Markus einen Airwap kann. Ich habe deine Mom eingeladen, weil sie gut blasen kann. Du hast gefickte Hurensohn, du kriegst einen Bann. Lappen.